Ohne die Almen würde die typische alpine Kulturlandschaft vielfach verwildern. Zugleich sind die Almhütten mit Bewirtung wichtige Anlaufpunkte geworden, wie hier auch die Schreckalm im Geigelsteingebiet. Rupert Wörndl und Natascha Mehler sind heute auf einer besonderen Almtour unterwegs. Der ehemalige Forstdirektor hat hier die Geschichte jeder Alm erforscht. Er will der Archäologie-Professorin aus Aschau die Überreste früherer Almen zeigen, von denen auch er noch wenig weiß. Denn in früheren Jahrhunderten gab es im Geigelsteingebiet noch viel mehr Almhütten, sogenannte Kaser. Das ist jetzt so ein gesprengter Kaser, der Seppenbauernkaser hat der geheißen. Gesprengt? Ja, damals war ein Forstmeister in Hohen Aschau, der hat die Almer, wenn sie nicht die Bauern in kürzester Zeit selber abgebrochen haben, hat er es einfach sprengen lassen von den Holzknechten. Man wollte damals eher die Almbauern zurückdrängen, die Almwirtschaft reduzieren, um eben den Forstbetrieb zu verbessern oder zu erweitern. Deswegen muss man es doch nicht gleich sprengen. Aus heutiger Sicht, wo jede Alm als wertvoll angesehen wird, ist es absolut unverständlich, wie die Hütte vor über 60 Jahren so rabiat beseitigt werden konnte. Auf Anordnung eines Forstmeisters wurden noch weitere Hütten gesprengt. Heimlich. Für die Leute im Tal war das nämlich eine Todsünde. Mir ist das auch so berichtet worden von einem alten Holzknecht, der da selber noch beteiligt war. Der Bauer Simon. Der hat gesagt, da haben sie einfach so sukzessive die Mauern angebohrt und da natürlich leichte Sprengladungen bloß angebracht. So sind die halt langsam in sich zusammengefallen. Nicht wie man hoch aussprengt oder so. Aber die Umrisse sieht man ja noch ganz gut. Da hinten haben wir ein bisschen Metallreste rausgeschauen. Na ja, das wird das Dach gewesen sein, Blechdach schon. Als Archäologin ist Natascha Mehler darauf spezialisiert, weltweit mit Fundstücken aus dem Boden zu rekonstruieren, wie die Leute früher gelebt und gewirtschaftet haben. Bayerische Almen hat sie noch nie erforscht. Ich würde gerne zumindest die Umrisse mal dokumentieren und den Ist-Zustand jetzt festhalten. Und mit einem zweiten Schritt würde ich natürlich gerne in die Tiefe gehen und an ausgewählten Stellen mit Kelle und Schaufel ansetzen und einen sogenannten Probeschnitt machen. Und auch diverse Bodenproben nehmen, um zu schauen, wie alt dieser Kaser und diese Almfläche tatsächlich wirklich ist. Gerade allein im Geigelstau-Gebiet gibt's, gut, die sind auch nicht alle gesprengt worden, sondern zum Teil schon früher aufgegeben worden und dann halt verfallen. Aber da sind insgesamt ungefähr 20 so Ruinen umeinander. Und fünf sind sicher, von denen gesprengt worden, so in die 60er Jahre. Die mittlere der Talalmen wurde schon um 1960 abgerissen, denn die Almwirtschaft war damals alles andere als rentabel. Es gab weder Fahrwege noch finanzielle Förderprogramme. Auch die Rechte der Oberkaserhütten existiert nur noch auf dem Foto. Und die elf Aschentalalmen sind nur noch auf dem Urplan von 1811 zu erkennen und in der Landschaft. Der Almforscher zeigt der Archäologin die Überbleibsel eines der größten Almdörfer im Chiengau, die elf eingefallenen Kaser. Sie sind schon in der Almordnung von 1558 erwähnt. Also letztlich ist es gegangen bis 1898 und da gab es dann ein großes Unglück. Da ist beim Hagelwetter, da sind neun Kühe abgestürzt hier runter, die steilen Wände abgerutscht und dann zu Tode gestürzt. Und das war dann auch für die Bauern zu viel. Dann haben sie gesagt, nein, jetzt gehen wir es auf. Also da sieht man schön noch die ursprüngliche Einteilung von der Alm. Hinten der größere Raum, das war der Almstall, Hag, sagen wir da, im Chiengau. Und vorn der Wohnbereich, Wohn- und Wirtschaftsbereich. Und da sieht man meistens sogar noch die Stelle, wo das offene Feuer war. Ein bisschen wie Machu Picchu vom Chiemgau mögen die eingefallenen Kaser wirken, auch wenn sie lange nicht zu alt sind wie die weltberühmten Inka-Ruinen in Peru. Die Brennnesseln vor der Hütte wachsen noch immer, weil der Boden einst durch die Exkremente der Rinder so stickstoffhaltig wurde. Da sieht man noch den eingefallenen Keller. Das war natürlich schon ein Gewinn für die Heimatgeschichte, wenn man diese vielen Almruinen, die es gibt, oder die man vielleicht gar nicht mehr sieht im Gelände, wenn man nicht ganz genau schaut, wenn man die erforscht kriegt. Rupert Wörndl kann auf ein neues Kapitel seiner Chiemgauer Almgeschichte hoffen. Und Natascha Mähler auf ein neues Forschungsprojekt. Musik Musik